Audio Jumbo Sollte ich extra nicht daran landen oder? Wieder wandelisch? Aha Eliminiert 156 Meter Ich wollte gerade sagen Jumbo, ich habe eine Frage Ja, ich zock gerade den Sniper der Runde Wichtig ist, dass der Revolver auch noch als Sekundär dabei hat Das ist so wichtig Ja, ja, habe ich dabei Nicht vergessen, Alter Ich habe noch einen mitgebracht Habt ihr alle? Vorrein Mato, hier ist einer Ecke War Stubes, Alter Ich war hier oben Ne, unten war eine Ich bin jetzt rausgelaufen Oh, Lenni hat sich auch gerade der Ecke dann hier Also, ja, warte Ich habe nur zwei Sniperer Ja, nimm mal einen Ich warte Hier, nimm das Nimm auch unsere Worte Ich habe einen Sniper Ich habe einen Sniper Aber wir sind Da stecken schon mal hoch Die andere Lassen Jungs Ich brauche Hilfe Hinter dir, hinter dir Ja Surprise, Motherfucker Na, ein Schuss Ich brauche irgendeine Waffe, Jungs Scheiße, dann sag ich ja Wie liegt da eine? Ach, das ist Snipermord, Jungs, sag's mir doch gleich Ja, sag mich ja, die ganze Zeit nur Snipermord Das ist auch Karte Hat jemand eine Bände? Ja Ja Pump, schluck, Pump Dann komm Ich habe noch was für dich Wo, durch? Die gedroppt da Ja, Licky Vielen Dank Türi, der ist doch totalisch Und wie hat der noch? Da, ich sehe ihn Alter, wie der rennt Ey, der war gerade da Auf einmal steht der wieder Was ist das für ein Hacker? Ey, der hickt mir einer Warte, was ist das für Leute? Was ist das für ein Hacker? Das war auch mal einer, J Der lag gerade auf dem Boden Auf einmal stand der wieder Der eine kippt mir gerade freiglich ein Ich habe keine Mundi mehr Ja, aber klar, da ist der Ah, rechts von uns eine auch noch Auf dem Dach, naja Welchen Dach sagt man? Seine Von unten einander mit der Bei der Stadt Ich habe mich Ja, ich bin gerade an ihm dran Ah, da steht der Kollege ich habe ihn gehittet ist er weg hab ihn gibt immer verwende hier zwei stich das kaputt gemacht danke gibt ja auch die wir die schilder auf der straße Reicht ich? Ja, ja. Was soll ich denn? Drei Magazine sind das. Bisschen mehr. Ich hab mal Munitionsfälle geschaut. Hier ist schon wieder ein. Easy Goin, Digga. Keine Widerrechte blocken, wenn du ich. Diese Situation, ich hab gar nicht mal drauf geachtet, wie viel Eckschneider hat da. Ja, Mann, Alter. Liegen Dreckweiner. Wo fang? Der ist in diesem Häuschen. In der Kiste. Ey, Angie, komm mal zurück. Alter, in den Kopf. Komm mal zurück. Gib dir mal die Tränke und Daniel, komm doch auch mal zu mir. Ich kann euch jeweils eins droppen. Bleib stehen. Pass auf, Jun. Der ist in dem Häuschen, äh... 60. 38. Da oben drin, oder was? Wo ist der? Der ist jetzt hinter dem Hügel, hab ich mir gerade gesehen. Bei 26. Nein. Der ist hinter uns schon. Der muss jetzt kommen. Der muss jetzt kommen. Ich will gleich scheiß auf den. Komm. Ohne. Ohne. Die sind ja gar nicht gut. Die sind ja gar nicht gut. Wie ist der aussieht? Ich bin 106 abgezogen. Jungs, hier bei mir einer beim Turm. 144. Auf den gebauten. Der baut gerade. Seht ihr den? Nein. Ah, da, ja. Ja. Das ist ja bei mir. Hat die Kaffee leider gar nicht. Ich auch nicht, Alter. Das ist dieses Scheiß-Barbie auf Brot. Boah, mich hat er gewusst. Komm. Komm. Schau, warte, ziehe ich hin. Der kann ja doch nichts machen. Ich hab einen. Ich hab einen. Schön. Wollste, wollste. Mach du ihn down. Das gibt's doch nicht. Komm, ich geb dir gleich nochmal so'n Ding. Oh, Jungs, ich hab schon was. Sollen sie mitnehmen? Medik. Medik. Eigentlich Medik. Müssen sie Medik. Ja. Ich hab nur das. Ganz schön. Hat er keine Verbände gehabt? Ja, bestimmt. Du wirst, ich kann nicht. Also nimm du. Alle. Und dann gib mir mit. Ne, gib mir nicht mit. Ich nehm die Roch-Granaten mit. Slave-Lenkung. Isda. Und du möchtest ein bisschen Zungen flossen? Vielleicht ist er noch nicht gefarmt. Das ist so cool. Sollen wir nicht links rumlaufen. Mit der Zone mit. Na gut, Robau, wieviel Schuss für Sniper habt ihr? Elf. 78. Ich glaub ich lass dich, ich dropp dir ein paar. Der Andi, wo bist du? Hier. Chillig. Hey, hey. Bro. Oh fuck. Als ich jetzt. Ja, da sind mehrere ganzen Baum rum eigentlich. Alter, dieses Luftgebiet ist so eklig. Hey, ist Obermoyang nach Arsenal gewechselt? Ist er schon? Ja, ich hab mir auch gehört. Woraus geht dir? Ich hab nur Gerüchte gehört. Ich hab ohne Gerüchte. Ich hab ohne Gerüchte. Jetzt seh ich grad einen Arsenal-Fan singen. Obermoyang schießt ein Tor morgen. Ja, der spielt auch schon. Der wechselt offiziell. Also auch im Winter. Warum wechseln so viel im Winter diese Saison, Alter? Eigentlich ist das nicht normal. Weil jetzt Sanchez gegangen ist. Die müssen holen. Wohin ist Sanchez? Nach Arsenal? Nein, wohin ist Sanchez? Weiß nicht? Wohin ist er? Nein. Jungs, tschuld, tschuld. Menuh. Menuh? Menuh. Haltig für so irgendwo hier rumlaufen. Ne, mach vielleicht den Sommer zu werden. Recht? Das wär so geil. Und halt weg, Sommer. Wohin? Ja, offen. Wir haben gesagt, ich denk's. Zu verkauf auf. Beigehen. Ja, irgendein großer Verhalten, wo Geld kommt. Ich glaub, wir wollen jetzt noch ein bisschen Geld aus dem machen, solange er noch nicht zu alt ist. Ja, 632. Bauen wir uns hier zu. Was meint ihr? Ja, also keine Vertragsverlängerung für Ronaldo, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nein, 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 der ist zum Verkauf freigeben, nicht, dass er keine Vertragsverlängerung ist. Jungs, sagen wir uns kurz zu bauen, hier sind noch irgendwelche Vandalen. Und Nessi, da hast du nichts, oder? Nessi, da hast du nichts, oder? Nessi, nix. Du gehst du voll dringend. Nessi, der Ende ist doch. Ja. Scharfschütze von rechts. Aber krass, Alter, Ronaldo. Aber das wäre nice, wenn Neymar zu Real geht, Alter. Das wäre so brutal. Und dann Barca ficken. Ja, man. Ich hab mich geschossen, Jungs. Ich hab Rauchkaraten geworfen. Jungs, du bist jetzt der Baseball, ne Kleine. Und wo haben die auf dich geschossen? Ich glaube, dass wir jedenfalls aus dem Bootropp in der Nähe dort bei Westen. Mach doch hinten so, die können auch von hinten kommen. Das wäre brutal. Nice. Ugly. I could see in the garage. They're on the fucking wall, man. Oh, die Treppen. Fassen, die Jungs. Fassen, der überträgt uns. So, mach hier noch zwei Treppen. So, eine Treppen. So, eine Treppen. Und dann übertreiben. Zumachen, zumachen. Die Bauern D. Bei 300, Jungs. Bei 300 Bauern D. Seht ihr die? Ja, ja, ja. Einer hinterm Baum. Der läuft ganz sneaky. Einer baut sich da hoch zu denen. Ja, die kämpft. Surprise, motherfucker. Ich hab ihn einfach nur festgehalten. Nur gestrackt. Arnie. Hansi, wo hast du den ganzen News? Fußballminister. One football. Und YouTube. So ein Channel. Das sind aber hinten so oft. Und bei 250 auch jemand. Achtung. One football. Ja. In dem Turm ist das. Da ist nun mal also offiziell mit dem Transfer sind. Aber da ist Kuckler, die reden gleich. Nein, ich bin nicht frei. Die sind oben. Die sind ganz oben. Die sind ganz oben. Oh, das schießt auf uns. Pass auf. Ich hab ihn wieder gestrickt. Nee, ich hab ihn gefickt, Alter. Erledigt. Erledigt, da wird es sein, Mann. Erläutig, da ist ein... Da hinten sind die. 278. Hinterm Baum ist der. Seht ihr? Er läuft. Oh, er liegt knapp an seinem Schädel vorbei. Da ist ein Kollege, der läuft jetzt hoch. Läuft die Treppe hoch. Mach das hinter uns. Nur ein One-Shot. Ah, fett. Habt ihr Sniper-Munition? Zehn Stück oder so? Alter, der. Habt ihr das? Ja, wir haben uns noch nicht. Jungs, Vorsicht, sind noch mehr. Bei 260 Jahren hat er gebaut. Der andere rennt wieder zurück. Keine Werte, Schöpfung. Keine Werte, Schöpfung. Keine Werte, Schöpfung. Ab ihn. Jemand hat's kaputt gemacht. Der schießt von rechts. Der schießt von rechts. Der schießt. Halt, ich hab kein... Jungs-Job-Marsch der Munition, Alter. Was brauchst du? Einfach Sniper-Munition. Okay, ich kann dir 30 Stück geben. So egal, Alter, haupte ein paar Schüsse. Nee. Ich kann gar noch 50 Schüsse geben. Ich hab noch 12. Ich hab... Ja, dann gib du ihm. Weil ich hab nur 7. Kommt rein, kommt rein. 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 19, klar. 19. Aber hier ist eine. Genau vor uns ist eine. Genau vor uns ist eine. 2 Stück. Wo, wo, wo? Haben wir gehittet. Dann wieder gehittet. Hier ist Munition. Sammelt ein. Der baut sich hier zugängsverrückter. Zauber. Jawohl. Epic. Aber wie geil. Schauschützenmodus. Sieg. Im Bounce. In ja. Alle angerufen. Das Video anfangen. Zauber. 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 Ich bin schon wieder drei Kilometer gelaufen. Das ist doch nicht normal. Danke.